Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Linken der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Letztlich über 15 Ultimate Team. Und diese 11 muss jetzt richten. De Bruyne, ich als Perfektionist, jetzt von ZOM auf ZM angepasst, hat sich bei mir im Team festgespielt. Wenn wir mal auf seine Statistiken schauen. 21 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen. Sicher noch ausbaufähig, aber vielleicht ist auch eher ein bisschen schüchtern. Schauen wir mal Spaß haben, noch Robben rein. Der dreht richtig auf. 29 Spiele, 11 Tore und 15 Vorlagen an 26 Toren in 29 Spielen beteiligt. Ich denke, das lässt sich sehen. Und jetzt wird es ganz entscheidend. Wir haben 13 Punkte in Liga gesichert. Ihr wart im letzten Spiel dabei. Und ja, ich brauche jetzt aus den letzten zwei Spielen zwei Siege, damit ich aufsteige in Liga 2. Ansonsten, wenn es jetzt eine Unentschieden oder Niederlage wird, heißt das Liga halten. Was auch schon mal okay wäre. Hier haben wir jemanden mit einer schwachen Latenz. Das ist nicht okay. Da gehen wir gleich nochmal zurück. Die letzten Spiele ja wirklich Glück gehabt, dass es hauptsächlich Gegner waren, wo das Ganze Gott sei Dank flüssig gelaufen ist. Wo es keine größeren Ruckler, Hänger, Abbrüche oder sonst was gab. Und hier, ne, gegen den spielen wir nicht. Aller guten Dinge sind drei. Und wenn es nicht klappt jetzt, dann gibt es einen kleinen Cut. Da haben wir ja welche sich mal beschwert. Aber ich fühle ja doch, wie ich finde, diese Suche immer möglichst gut mit Informationen und Insider-Infos. Ich bin gerade am überlegen, ob es ja Schürrle, Informer, sowas haben wir noch gerne. Hier komplett, komplett grüne Leitung. Und schauen wir mal. Franzosen, 81 Rating. Argentinier. Tevez hat er hier. Salvio. Ähm, Lavezi. Und dann, Mascherado. Zabaletta. Und bei den restlichen bin ich leider der falsche Antwortpartner. Keeper kenne ich noch vom Sehen, aber die Namen leider nicht. Also vom Team, wenn man nur danach geht, ist meins deutlich besser aufgestellt. Aber gerade das muss nichts heißen. Ich habe wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass gerade Leute mit eher schwächeren Teams oft richtig, richtig stark spielen. Und er lässt es hier in den ersten Sekunden den Ball schon mal sehr, sehr gut laufen. Hier einfach als Tipp, Ball laufen lassen. Macht keine Lücken auf. Lasst ihn das Ding hin und her schieben. Solange er da keinen enormen Raumgewinn hat oder solche Pässe dann am Ende macht, wenn es in den finalen Bereich geht, ist noch alles okay. Weil das wollen sie eigentlich. Sie wollen nicht am Ende durch das Passspiel nur nach vorne locken. Das kann ich natürlich auch, wenn er das möchte. Und den Ball hier entspannt ein bisschen laufen lassen. Und dann warten, ja, bis die entscheidende Lücke kommt. Und De Bruyne bleibt am Schiri hängen, aber kriegt Gott sei Dank den Ball. Und Schweini hier im Mittelfeld auf Arjen Robben. Und De Bruyne startet, äh, Lewa startet. So können wir starten, oder? Würde ich doch mal behaupten hier. Erster Angriff, schön durchkombiniert, durchgesteckt, Robben mit der Vorlage. Gleich die nächste und Lewa. Den Keeper umkauft und ein easy Abschluss. Eine Wiederholung gönnen wir uns. Robben, schöner Pass. Hier einmal rübergelegt. Und reingeschoben. Sehr, sehr schön. 1-0. Nach sechs Minuten. Und die mag ich ja gar nicht. Die dann nach dem Anpfiff hier durchrennen. Und dann oft damit auch Glück haben. Hier Gott sei Dank nicht. Und einfach jetzt am besten so weitermachen. Möglichst schnell noch ein 2-0 hinterher. Um ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen. Das wäre das Nonplusultra. Aber ja, das sackt sich natürlich auch oft leichter, als es dann am Ende ist. Schweini mit dem Ballverlust. Aber wird ein Foul von vorher noch gepfiffen. Und... Nein, keine gelbe Karte. So, und jetzt schauen wir mal, auf wem wir hier durchstecken. Hier. Das schaut auch gut aus. Der gute Leva. Aber da hätten wir dann entgegen müssen. Dann eben Reus über den Flügel. Probieren wir uns mal mit der Flanke. Aber die ging jetzt niemals ins Land. Und ja, mit Tevez und Salvio hat er auf alle Fälle 2 am Start. Mit ordentlich Pace. Also da muss ich aufpassen. Salvio, 89er Pace. Ich hatte den eine Zeit lang auf meinem Tauschstapel. Und wollte ihn überteuert anbieten. Kann euch aber von dem abraten. Der hat sich wirklich überhaupt nicht verkauft. Aber er hat ganz nette Stats. Insgesamt nur ein 80er Rating. Ja, ich weiß nicht, ob er so beliebt ist. Ich habe, glaube ich, noch nie gegen ihn gespielt. Also, ist hier Premiere. Und wir brauchen ihn mit dem Ballverlust. Aber Robben hilft hinten aus. Und Lahm möchte hier vorne mitspielen. Aber zu leichte Ballverluste. Hier ist aktuell im Mittelfeld. Und das ist so ein typischer, schneller Spieler im Sturm. Pass. Gott sei Dank im Keimer steckt. Aber die Angriffsarmada rollt noch. Schweini hilft aber aus. Sehr, sehr schön. So, wir lassen auch den Ball jetzt hier nochmal schön laufen. Und Reus über den Flügel. Radar gecheckt und in diesem Moment den Ball verloren. Das sollte nicht passieren. Und der nächste lange Ball. Keeper. Easy. Mit Lavetzi, ja. Hat er natürlich auch enormen Pace. Den vorher hier bei meiner Angriffanalyse während des Spiels ganz außer Acht gelassen. Passgenauigkeit beide über 80%. Keeper lässt sich schön tunneln. Äh, Keeper. Schiri. Und hier haben wir Robben am Start. De Bruyne. Und, ja. Der Ball läuft gerade richtig gut. Und der war mit Ansage. Der passt natürlich. Da konnte er, da konnte er es leicht zumachen. Und solche Bälle, wie ich sie hasse. Aber David ist am Start. Wunderschön. Keine Gefahr. Und der nächste lange Ball. Auf Salvio. Und direkte Flanke. Oh, wow, wow. Ungefährlich. Glück gehabt. Zweite Pfosten. Pischcheck. Das hat er nicht ganz so gut aus. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn die Liga schon gehalten ist. Ich möchte den Sieg unbedingt. Und ich bin recht angespannt. So. Jetzt mal mit Robben. Gegen Mascherlano. Adios, Muchachos. Aber das sagt er sich auch. Und schönes Tackling im 16er. Und mit Lavezi zieht er hier rein. Hummes bleibt am eigenen Mann hängen. Ande Bruyne. Und das hasse ich so an diesen Pacespielern. Boa Neuer lässt droppen. Aber Boa klärt gerade so nochmal. Ohren droppen. Läuft den leider nicht mehr. Und er ist gerade hier am Drücker. Minimale Ruckler haben wir drin. Aber die sind... Die sind noch verkraftbar. Also nicht ganz tragisch. Und Lever macht das Ganze nochmal über hinten. Und man merkt auch hier, umso stärker die Gegner werden. Sie stellen da wirklich schön die Passwege zu. Und laufen nicht mehr wie irre nur auf den Spieler drauf. Aber jetzt haben wir hier mit Robben nochmal ein bisschen Luft. Oh, Robben. Das war einer zu viel am Ende. Schade. Schön vorbeigekommen. Aber dann war auch keine Anspielstation in der Mitte. Da musste ich es also hier regelrecht selber probieren. Und jetzt kommt gleich wieder der Tevez Pass. Oder nein. Er kurft einfach hier mit Lavezi. Wie schlecht ist das verteidigt. Mann! Das tut jetzt richtig weh. Über das halbe Feld könnte ich mich ohrfeigen für. Und wenn er mehr als eine... Oh, die Drecksau. Ich hasse Leute, die mehr als eine Wiederholung machen. Das stellen wir gleich auf Offensiv. Und zeigen Ihnen mal, was wir nach vorne so zu bieten haben. Mein Team war mir generell eh ein bisschen zu defensiv. So, Offensiv und weiter geht's. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Alles noch drin. So, hier wieder Robben. Aber er steht hinten schon sehr, sehr kompakt. Von daher... Müssen wir da... Kein Abseits. Schön kombiniert. Aber Lewa, was war denn das? Ball wie ein Holzer geführt. Und da kommt schon wieder der Pace Lavezi. Und Lewa bügelt seinen Fehler aus. Schön gemacht. Und die Bräune hier mit dem Rücken zum Tor. Fehlt ihm natürlich am Ende ein bisschen der Speed. Aber schneller Ballverlust seinerseits. Und auch wieder meinerseits. Aber Alaba blockt den schön ab. Oi, 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 oi. Es ist hier zerfahrenes Spiel. Und Alaba darf gegen Salvio wieder seinen Skill zeigen. Und macht das auch. Zwar mit einer Ecke, aber immerhin geklärt. Jetzt noch zur Halbzeit bestmöglich nicht noch in Rückstand geraten. Das wäre besonders ärgerlich. Und er steuert hier mit diesem einen Spieler. Aber... Wow! Wollte direkt aufs Tor. Keine Ahnung, ob das gewollt war oder nicht. Aber Neuer hat das noch einigermaßen souverän geklärt bekommen. Und ich bleibe hier bei Hummel. Jetzt haben wir einen Kopfballstarken Spieler. Und der war ungefährlich. Ging zwar hinten ans Aluminium. Kontrolle hat vibriert. Aber... Ja, war nicht der... War nicht der Pfosten. Vielleicht kriegen wir noch hier einen Angriff auf die Beine gestellt. Wobei ich vermute... Dass er es hier gleich... Alter, Basti! Ah, immerhin. Wollen wir es robben. Komm! Vielleicht geht noch was. Sweatpass. Wobei... Ah! Schade. Neuance. Mehr Ballbesitz, mehr Passgenauigkeit. Aber nur ein Schuss. Und den direkt rein. Muss also ein bisschen mehr hier nach vorne von mir kommen. Wenn das Ding noch gewonnen werden soll. Weiter geht's. Ist noch alles drin. So. Mit Alaba. Und Pass mit Ansage. Aber Gott sei Dank... Ist er mit Lavetzi hier... Nicht... Dazwischen gekommen. Und es läuft der Ball hier gut. Von Reus in dem Match noch gar nichts gesehen. Und auch der war mit Ansage. Aber Lahm... Doch, jetzt hat er ihn. Mit Reus zusammen. Und mit Reus. Auf Lever. In letzter Sekunde. Und Reus wieder mit der Balleroberung. Die Bräune. Robben. Robben. Ganz knapp am Pfosten vorbei. Mensch, Arjen. Den hätten wir die doch gegönnt. Wir wollen hier in Führung gehen. Und fast der fatale Fehlpass. Aber auch nur fast. Unschlechte Grätsche. Aber Hummels... Hat das gelesen. Und hier haben wir Robben am Start. So. Jetzt ist er durch. Und jetzt ist er durch. Guck mal hin. Oh Arjen. Arjen. Oh Gott. Warum hat er den auf einmal mit rechts gemacht? Fuck. Solche Chancen muss man halt nutzen. Aber ich sehe es mal hier als Ansporn. Dass es gerade läuft. Schön kombiniert. Aber letzte passt zu lang. Eieieiei. Solche Chancen darf man... Darf man in so wichtigen Spielen nicht liegen lassen. Und Schweinsteiger mega träge. Aber den kriegt er dann zumindest wieder. Und hier Reus. Bisschen zu lange für die Ballannahme gebraucht. Aber er hat ihn schon wieder. Und schaut euch das an. Es behindert er sich hier dreifach. Und das machen wir ganz schnell. Das machen wir ganz schnell. Eher auf die Linie stellen kann. Wobei die Distanz fast ein bisschen zu groß ist. Das gelbe Karte für Zabaleta. Scheint hier echt eine Argentinier. Der war zu leicht. Scheiße. So nicht. Schwacher Freistoß. Und der durchkurft einmal den Strafraum. Und gibt mir dann direkt den Ball wieder. Und der Ball kam leider nicht zu Robben. Und Lahm. Zusammen mit Alaba. Und mal ein langer Ball auf Lewa. Der dann vielleicht wieder gleich zurücklegen kann. Das war der Plan. Und oben Robben. Komm jetzt Arjen. Alter. Das gibt es doch nicht. Was ich? Lasse ich da als Chancen liegen? Roulette. Und geblockt. Jetzt leckst du mich mal. Ich bin hier auf 180. Wieder Lewa. Und Hummels. Und nochmal Lewa. Kein Kommentar. Winkel zwar spitz. Aber jetzt bin ich gerade gut am Drücker. Ich muss die Drangphase hier nutzen. Er peitscht seine Spieler nach vorne. Macht den langen Abstoß. Aber fängt Piszczek direkt ab. Und Lewa kriegt den nicht. Aber jetzt kommt Marco bitte. Was ist denn hier jetzt los? Ich werde echt verrückt. Nächste kurze. Überlarm. Und Reus. Oh, Abstoß. Ja, Sprinten ist dann dumm in solchen Situationen. Da wollte ich jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Und irgendjemand hat Geld bekommen. Und das war Abseits. Zumindest war die Fahne oben. Ja. Komm, 20 Minuten noch. Wenn es zu 80. Und es noch 1-1 steht, muss ich dann wohl oder übel auf Minimum-Offensiv stellen. Ballverlust. Leichtsinnig. Zweite Halbzeit kam von ihm ja wirklich gar nichts mehr. So, und jetzt Salio gegen Alaba. Und der war mehr als ungefährlich. Aber man muss seine Chancen nutzen. Wenn das nicht gewährleistet ist, ja. Dann habe ich es am Ende Pech gehabt. Und die Bräune hier mit dem Kopfball, der leider nicht bei Robben ankam. Und fast mit. Aua, da kommt jetzt nochmal Tevez. Und Piszczek. Kein Problem. Offensiv sind wir ja schon. Sehr offensiv müsste man. Lewa, Lewa, komm. Mal raus auf Reus. Der war auch wieder sehr optimistisch. Aber wir machen direkt die Flanke rein. Und die dann natürlich aus so einer Rutschposition sehr, sehr schwach. Und hier auf Salio der Ball, den Alaba bisher doch recht gut im Griff hatte. Und auch Lahm hier unterstützend nach hinten. Und Robben mit dem Fehlpass. Ah, Robben, der hat Chancen liegen lassen. Das war mal sehr offensiv. Das haben wir 80. Jetzt müssen die Spiele hier nach vorne. Bin dann zwar auch Konteranfälliger, ganz klar. Aber gut. Unentschieden bringt mir hier nichts. Wenn dann am Ende das Tor nach einem Konter fällt, okay. Okay, ärgerlich. Aber ob Unentschieden oder Niederlage, ist dann in dem Fall auch egal. Komm, Lewa, schön. Den Ball hier mitgenommen. Und Basti auf Robben. Komm jetzt. Ah, Direktabnahme. Elfer. Abseits. Mann. Oh, komm. Total Offensive. Ich muss alles, es muss alles nach vorne. Ich muss eine schnelle Balleroberung her. Alaba gegen Salio. Und ein Wurf für ihn. Okay. So. Und Robben. Auf jetzt Arjen. Auf jetzt Arjen. Ja. Yes, Mann. Ja. Yes, Mann. Marco Reus. Huh. Puls von 180. Robben. Zweite Vorlage im Spiel. Nach hinten gelegt. Und Direktabnahme. Und jetzt müssen wir, das machen wir. Sehr defensiv. Oh, jetzt nicht schon wieder hier so ein Durchtribbelding. Ich hasse FIFA. Ich hasse es so sehr. Immer das gleiche. Und gleich wieder die Totale. Was für ein krankes Spiel schon wieder. Ist mir schon wieder viel zu krank. Ah, fünf Minuten Nachspielzeit. Da geht noch was. Oh, lieber. Das ist aber immer. Da ist er hier nach dem Anpfiff wieder durch. Durchgedribbelt. Ne, oder? Neue nochmal gehalten. Am Anpfiff durchgedribbelt. Und anscheinend wurde das ja mit diesem einen Patch da behoben. Aber irgendwie, ja, verhalten sich die ganzen Verteidiger wirklich wie so Spasten. Vielleicht ist noch ein Angriff. Mal mit Robben hier. Ach, fuck. Die Freude hielt nur kurz an. Das war's. Aufstieg ade. Liga gehalten. Schade. Ich denke und hoffe, ihr hättet es mir auch gegönnt. Ah, innerhalb von Sekunden. Die Aufstiegshoffnung zerstört. Ja, und ich denke dann immer, hätte ich nicht auf sehr defensiv gestellt. Aber gut, das hat bei dem einen Angriff auch nichts geändert. Lavetz in der 90. Ah, ich denke, Robben könnte Spieler des Spiels sein. Mit zwei Torvorlagen. Yo, 8,8er Rating. Schauen wir uns mal noch die Statistiken zum Abschluss an. Mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, mehr Passgenauigkeit. Aber ein 2-2 am Ende. Zur heutigen Folge. Ich denke, es war spannend. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr so ist, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr keinen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.